Und ein weihnachtliches Geschenk für einer deiner besten Mods, den hochtalentierten Programmierer Dave. Dave Geschenk? Oh, was ist das? Zulassen. Ja, komm. Wund ich gerade gelast, Christmas gerigrollt. Wund ich schon mal gerigrollt? Ja, habt ihr einen Clip? Oh, schickt mir den mal. Einfach so, das ist einfach so parat oder was? Das ist direkt mal hier auf dem Desktop. Will ich mal sehen. Oh no. Oh no. Oh no. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Junge, du wärst die Office der Climax-Krieger. Was ich mich immer frage, wie kriegt Trimax solche Lobby-Sticker? Wenn ich die Videos von ihm sehe, die Random Duos, dann hab ich so Bock in Random Duos oder Random Squad reinzugehen. Aber wenn ich da reingehe, der ist das Erste. Hey, Monte. 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 Digga, du siehst doch, dass es gerade hier am Pfeifen hat. Dann hat man die Banken jetzt mal. Das ist Monte niemals. Das ist Clown Botch. Kann man so nervig sein, Mann. Das ist er nicht. Mann, wie kann man nicht mal das im Baul halten, wenn man hier am Zocken hält? Junge, schick mir mal bitte eine Anfrage. Ich schicke deiner Mutter eine Anfrage. Ey, dann kann so nervig sein. Ich schwöre auf meine Mutter, Kutang. Ich bin mit Trimax in einer Runde. Nein, Junge, ich stelle mich da richtig unsympathisch rüber, wenn ich sowas frage, Mann. Was denn für eine Frage? Frag mal. Ne, ne, alles gut. Nicht falsch. Ich weiß ja nicht, was man auf Twitch alles sagen darf. Ja, dann darfst du viel auf Twitch sagen. Schieß gerne los. In Team, in, 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 äh, in Großwetsch. Er hat es verlassen. Hallo. Where are you from? Wollen wir Deutsch reden? Ja. Gut. Das gibt mir extreme Weihnachts-Vibes. Hier ist ein Weihnachtsbaum kopfüber. Wofür? Fühl ich aber. Das wird so kacke aussehen. Oh mein Gott, Digga. Das ist die dümmste Idee ever. Okay, wir haben schon mal so einen Tanz gekehrt. Setz alles ineinander. Ah, danke, Mann. Guckt mal, wie der Baum da aussieht. Und jetzt könnt ihr euch mal an, wie er allerell aussieht. Irgendwas machen wir hier gewaltig falsch, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Er sieht jetzt noch schlechter aus als vorher. Und er geht legit bis zur Decke. Also, ihr seht das nicht, aber der geht wirklich bis zur Decke. Guckt euch das an. Der geht so hoch. What the fuck? Ich bin's, Norman. Hi. Eine Freundin will ein Foto mit dem machen, aber es ist hier unangenehm zu fragen. Hi. Hi. Hier ist es unangenehm zu fragen. Komm wieder, wenn es dir angenehm ist. Ohoho. Ja, aber das muss ich auch mal trauen. Wo sind wir denn hier? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Monto oder ein Knossi-Stream gesehen. Da ist auch nichts verpasst. Schmeckt nicht, Digga. Oh nein, da ist wieder der Stinkelkater drauf. Schmeiß mal, Digga. Und das meine ich nicht abwerten. Ja, aber wie heißt ich wirklich? Äh, ich habe keine Ahnung. Das ist auch egal. Können wir Fotos machen? Ja, ich habe einen Deal mit dem Chat gemacht, dass ich nur Fotos mache, wenn die Leute mich mit Namen anreden. Kannst du nicht eine Ausnahme machen? Hier auf dieser Messe gibt es keine Ausnahme. Also nein. Ich wusste, der Kameramann von Knossi. Aber wie heiße ich wirklich? Den kenne ich nicht genau. Sorry. Ein sehr schönes Auto ist auch das da. Aber wie heiße ich? Skyline-TV. Ja, das hast du von der Cap gelesen, wie ist mein Vorname. Also das habe ich vergessen, aber ich kenne nicht. Mach'n wir. Das ist nämlich der Kollege von Monte? Du meinst vom Joghurt, ja, ja. Der von Monte. Der Joghurt. Monte gefällig? Nein, der YouTuber. Nein, vom Joghurt bin ich. Ich habe Sponsoring mit dem Joghurt von Monte. Ich kenne dich nur durch ihn. Durch den Joghurt? Ja, von Hugo. Ja. Der Erwärmung liegt im Raum. Irgendwo muss ich ja festhalten. Ja, aber das kann man auch irgendwie regeln. Habt ihr ein bisschen? Ein bisschen, ja, so ein paar Handtücher, ne, von Erlos. Ihr müsst legit nur das machen. Bro, es ist so f***ig einfach. Steffa, du baust eine Base und die haben Schwierigkeiten zu finden. Oh Gott, ich hoffe, es ist nicht das hier. Oh mein Gott. Ey, hau mir doch in die F***e. Das ist das Frustrierendste, was ich jemals in Minecraft gesehen habe. Sascha ist das erste bei Craft Detect dabei und das ist seine Base. Der hat ein O und da hat einfach was drin. Ja, du siehst ja, wie die Leute mit Leidenschaft dabei sind. Digga, der hat teilweise zwölf Stunden am Stück nur Minecraft gemacht. Der war Minecraft-süchtig. Sascha kommt auch wieder bald in Minecraft rein. Er hat gesagt, er muss. Und ich denke mir so, du warst so lange nicht da. Oh mein Gott. Und dann diese Bäume, man kann ja nicht mal springen. Guck mal, ich bin jetzt, man verletzt sich. Guck mal, guck mal. Der hat 190 Stunden Spielzeit und das ist es. Das kann nicht sein, was hat denn der gemacht? Pull up in the Suvis, yo. Ja, ich sag ehrlich, ich hab's gerade gefühlt. Sascha, wie viele Kräuter sind im Jägermeister? 56. 56 ist richtig. Oh mein Gott, ey. Ich komm mit. Der Auftrag ist erfüllend. Sascha, wer war der, die Vorgängerin von Angela Merkel? Der heißt, ähm, der war bei der SPD. Das müsste Günter Joch gewesen sein. Ich wusste den Namen nicht. Ich hab einfach einen Namen rausgehauen. Aber for real, Günter Joch wäre ein fresher Präsident. Wir haben einfach eine geile Zeit auf dem Samstagmittag. Wisst ihr? Wir schauen uns ein paar Trailer an, bewerten die Trailer. Reden ein bisschen, ja. Wir fragen so, was ihr für Serien schaut, was ich für Serien schau, was Sascha schaut. Ist aber nebensächlich. Ich bin schockiert gerade. Ich bin wirklich schockiert, wie einfach das ist. Ich glaube, der fragt, ob wir wirklich real sind oder ob wir jetzt so Hologramme sind. Ne, wir sind real, guck. Isat, das ist ein Familienfrontier-Stream heute mit euch gemeinsam. Ich bin das Neblus. Ich könnte daraus ein ASMR, äh, wir könnten daraus auch ASMR machen. Hallo Leute. Hallo Leute. Wir verrühren jetzt das Mehl. Ui, Memo, guck mal. Ui, oh mein Gott. Aber keine große Dame, meine Weihnachtsglocken läuten. Und bei Hatern bleib ich kalt wie ein Schneemann. Die sagen, dass ich keine Freundin hab, nur weil man sie nicht sehen kann. Alexa? Büro auf vier. Welche Einstellung? Ey, wenn Alexa so weitermacht. Welche Einstellung? Wenn die so weitermacht, werde ich jetzt gleich die zwei Meter zum Ventilator laufen und den selbst anmachen. Büro auf vier. Ich habe ein Dreihände-Kreativbüro gefunden. Hä? Sie sind 5,4 Kilometer entfernt in Charlottenburger Straße. Alexa, stopp! Idiotanzverbot, wo darfst du? Wir warten hier auf dich. So geil, Adresse liegt. Willst du dich jetzt abgehauen einfach? Ne, ich erforsche gerade die Sachen. Ich bin hier immer noch. Wie erforscht du die da? Hier ist so ein Erforschungstable bei mir. Forsch. Forsch, ich erforsche hier. Du hast mir gar kein Essen gegeben. Hä? Rüsselding, natürlich. Ach, das ist nicht gebraten, das ist gedoppt. Was ist es? Gedoppt. Gedoppt. Erforschen. Erde. Server. Gedoppt. X für Fernglas. Ey, es gibt X, Leute, ne? X ist Fernglas. Das sind einfach eure Hände. Schlecht. Ist das denn echt auch so? Ja, probier mal. Also wirklich, mach es auch mal bitte. Es hat sich wirklich 0 Millimeter geändert. Ist das laut? Ja. Also der Nachbar hört das. Naja, komm. Digga, es ist Samstagabend. Da kann man auch mal ein bisschen lauter sein. Samstagabend, 3 Uhr. Ich sehe es ja nicht so, dass es irgendwie Montag ist. Das, was du tust, ist Belästigung. Und das ist kein Scherz. Das ist nicht lustig. Morgen. Ja, ich gehe kurz duschen. Was hast du getan? Ja, machst du heute. Also ich habe mir auch ein Level Up Kalt gestellt. Ich denke mal, so lang wie morgen. Oh, das ist ja nicht so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017